yo leute was geht ich bin's wieder euer alles tester ich zeige euch heute wie man minecraft von mojang kostenlos runterladen kann ich zeige euch wieviel das kostet 7,99 euro schon teuer aber ich zeige euch wie ihr das kostenlos kriegen kannst dazu geht es in google chrome gibt's tutu app ein dann hier tutu app 332 für android download auf deutsch geht da drauf neueste version und dann auf download das dauert bis es heruntergeladen hat so herunterladen so es hat heruntergeladen öffnen installieren es wird installiert öffnen abbrechen so sofort probieren so gebe ich hier ein hier oben mein minecraft mo 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 jang so auf suche wo haben wir das da hier kostet 6,99 dollar das lade ich mir runter so 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 Gründen kannst du auf dem Smartphone keine unbekannte Apps aus dieser Quelle installieren. Einstellungen installieren wird installiert. Einstellungen installieren wird installiert. Ich zeig euch mal die App, es funktioniert garantiert. Ich habe das mal ausprobiert. Hier, hier ist die App. Ich habe das mal ausprobiert.